Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Deutscher Filmpreis, Marlin Lohse zeigt ihren Babybauch. Marlin Lohse, 38, steht die Schwangerschaft ganz ausgezeichnet. Im Mai verkündete die deutsche Schauspielerin zuckersüße Neuigkeiten, sie und ihr Mann Max erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und könnten darüber kaum glücklicher sein. Kurz nach der Verkündung präsentierte die TV-Bekanntheit auch schon zum ersten Mal eine kleine Babykugel auf Social Media. Beim Deutschen Filmpreis setzte Marlin ihre Rundung nun strahlend in Szene. Auf dem roten Teppich in Berlin posierte die werdende Mutter in einem schlichten roten Kleidchen im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Mittlerweile sind die anderen Umstände an Marlin schon deutlich erkennbar und sehen klasse an ihr aus. Mit einem weißen Blazer sowie entspannten weißen Sniakern und einer dezenten Klatsch verpasste sie ihrem Outfit eine lässige Not. Im Mai hatte die Die Kinder vom Alstertal-Darstellerin über ihre Agentur die Babynews bestätigen lassen. Ja, es stimmt. Im Herbst soll das Kind zur Welt kommen, hieß es in einem Statement gegenüber der Bild am Sonntag. Weitere Details wie das Geschlecht des Babys behalten Marlin und ihr Mann aber momentan noch für sich. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.